Viparita Kimi Karanjasana Eine sanfte Variation des Schulterstandes. Raffaella zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Rückenlage. Von hier hebst du die Beine hoch und unterstützt den Rücken und hältst die Beine leicht nach hinten. So ist Viparita Kimi Karanjasana eine einfache Stellung. Viparita heißt ja Umkehrstellung und so gehört das zu den Umkehrstellungen, die auch von Anfängern geübt werden können. Viparita Kimi Karanjasana ist eine gute Übung, um das venöse Blut von den Beinen zurück zum Herzen zu bringen, um die Bauchorgane gut zu massieren durch tiefe Bauchatmung. Auch das venöse Blut der Bauchorgane kann so gut zum Herzen zurückkommen. Überhaupt sind alle Umkehrstellungen auch und gerade gut für Magen, Darm und andere Bauchorgane. Es ist auch eine gute Stellung für die Schilddrüse und kultiviert die Flexibilität im Nacken. Mehr Prana fließt zum Vishuddha Chakra und so gelten alle Variationen des Schulterstandes und damit auch Viparita Kimi Karanjasana zu helfen, zu einer Stellung des Gleichgewichts und der Ruhe zu kommen. Gegenstellungen vor Viparita Kimi Karanjasana ist Halasana, der Pflug und danach der Fisch, Matsyasana. Oder du kannst auch erst Schulterstand üben, dann den Pflug und danach das Rad, Chakrasana, um danach zu Matsyasana, zum Fisch zu kommen. Alle Informationen zu diesem und tausenden von anderen Asanas auf wiki.yoga-vidya.de und die wichtigsten Asanas findest du beschrieben auch mit Video auf der Yoga Vidya App.